Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal geht es um ein Produkt, welches ich tatsächlich schon seit Jahren im Einsatz habe. Jetzt aber in fünffacher Ausfertigung, bisher nur zweimal, jetzt demnächst fünfmal und das ist das Zyke Drive. Das ist eine Festplattenerweiterung, mit denen ihr eure SSD NVMe an euer MacBook und sonstige Geräte anschließen könnt. Ja und anschließend klingt natürlich so ein bisschen, als ob wir einfach nur ein Festplattengehäuse hier haben. Nein, das worum es geht ist natürlich, dass wir hier mit einer enormen Geschwindigkeit über USB-C, entweder 4.3 oder Thunderbolt 3.4 auf unsere Daten zugreifen können. Ihr seht hier auch die maximalen Lesegeschwindigkeiten bzw. Schreibgeschwindigkeiten, die sind schon enorm für ein solches Gehäuse. Es werden ganz viele verschiedene Standards unterstützt, wie gesagt Thunderbolt 3.4, USB 3.2, Gen 2, X2 und so weiter und so fort mit jeweils unterschiedlichen Raten. 40 Gigabit bei USB 4 und bei Thunderbolt 3 und 4, also insofern, da geht schon richtig was durch und das ist ja auch der Sinn und Zweck, denn ich habe es bei mir am MacBook angeschlossen. Und Sinn und Zweck ist natürlich da, wie auf einen internen Speicher oder zumindest fast wie auf einen internen Speicher zugreifen zu können. Das Ganze könnt ihr ohne Schrauben oder Werkzeuge einbauen, also die Festplatte bzw. die SSD könnt ihr einbauen, wie gerade eben schon gesagt, wir haben jede Menge unterstützte Standards. Ihr habt ein kleines Kabel mit dabei, sodass ihr es auch für mobil gut verwenden könnt und ihr könnt natürlich eure M.2 SSD einbauen in den hier genannten Größen. Also insofern, das sollte auch ein weites Spektrum letzten Endes abdecken, um dann eure Festplattenerweiterung auch anschließen zu können. Ja, schauen wir mal rein, was alles mitgeliefert ist und ich sage es nur schon mal vorweg, im Gegensatz zu meinem Kauf von vor, ich weiß gar nicht mehr, zwei Jahren oder wann ich mir mein erstes Zyke Drive gekauft habe, da ist jetzt was mehr mit an Bord und das ist tatsächlich auch gut, denn da hat Zyke Drive auf, oder Zyke ist ja der Hersteller, hat Zyke quasi drauf reagiert, dass die Kunden danach gefragt haben. Und das ist natürlich, finde ich, immer ganz gut, wenn Hersteller auch auf Kundenwünsche reagieren. Gut, gucken wir erstmal, wir haben hier ein User Manual mit an Bord, das ist auf Englisch und Chinesisch vermute ich mal, ist aber auch nicht weiter tragisch, denn es gibt eigentlich nicht viel zu wissen. Ihr müsst nur wissen, wie ihr nachher die SSD einbaut, das kann ich euch gleich, das zeige ich euch gleich dann auch nochmal kurz, aber im Zweifel könnt ihr es hier auch nochmal nachlesen, ist wirklich super easy in der Nutzung. Das ist hier das zusätzliche Kabel, das gab es damals, als ich gekauft habe, noch nicht. Es gab ein bisschen Beschwerden darüber, dass das Kabel zu kurz sei, welches mitgeliefert ist, das ist auch korrekt, das ist wirklich sehr, sehr kurz. Man kann sich natürlich noch ein Kabel zusätzlich kaufen, aber da finde ich es umso besser, dass Zyke da reagiert hat und ein längeres Kabel noch dazugelegt hat. Ja, das ist jetzt hier das eigentliche Gehäuse, ihr seht, ist ein bisschen eingepackt, einmal in eine Folie und noch in diese Plastikummantelung. Die habe ich bei mir weggetan, weil die natürlich für die Hitze nicht ganz optimal ist. Klar, sie schützt dann nochmal zusätzlich, aber sie ist für die Hitze nicht ganz optimal. Und vor allen Dingen, sie geht beim ersten Mal mega schwer ab. Ich habe das schon bei meinen Versionen gehabt, jetzt hier ist es auch. Ich mache das jetzt im Hintergrund mal ab und dann gucken wir uns das Ding einmal ohne Plastikabdeckung an. So, das Plastikgehäuse ist ab. Der rechte Teil, also die große Umwandlung geht noch relativ leicht, die kleine ist wirklich immer so spack aufgesetzt. Zyke, wenn ihr zuguckt, wirklich, das könntet ihr vielleicht mal ein bisschen lockerer machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schlecht, weil dann fällt es nicht ab. Gut, ihr seht, wir haben hier auf der Seite dann den entsprechenden USB-C-Anschluss und eine kleine Zustands- beziehungsweise Bewegungs-LED in Anführungsstrichen. Hier ist das kleine Kabel oder kurze Kabel. Ihr seht, das ist wirklich sehr kurz, aber dafür ist es halt mit im Gehäuse drin und ihr könnt das Ding einfach mal eben so mitnehmen. Finde ich persönlich einen großen Vorteil, gerade wenn ich mit meinem MacBook mobil unterwegs bin und ich brauche die beiden Side-Drives ja, weil da meine ganzen Videos und meine Mediathek drauf ist, dann macht es natürlich total Sinn. Ihr seht hier das Innengehäuse, da ist einmal noch ein Thermostreifen mit drauf und hier könnt ihr dann quasi eure SSD einbauen. Es sind Abstandshalter auch nach unten mit drin und hier oben seht ihr, ihr müsst nicht schrauben oder sowas, sondern habt diesen kleinen Pin, den ihr einfach nur umdreht und dann wird die SSD oder die NVMe-SSD auch hier vernünftig gehalten. Das geht also wirklich auch, wenn ihr wollt, könnt ihr relativ schnell mal eben die Festplatte im Gehäuse wechseln. Bei mir macht das nicht so viel Sinn, weil die halt beide als Daily Driver im Einsatz sind, aber vom Grundsatz her kann man das im Zweifel auch schnell machen. Ansonsten komplett aus Aluminium, sorgt natürlich für eine ganz gute Wärmeableitung, das ist auch bei mir der Fall, führt aber natürlich auch dazu, dass das Ganze etwas kratzanfällig ist. Ja, kratzanfällig hin oder her ist eigentlich weniger relevant, gucken wir uns mal an, was für ein Speed denn dann nachher durchkommt und ich habe hier ein MacBook mit M1 Max Chip, das vielleicht ein MacBook Pro, 14 Zoll, um es ganz konkret zu machen, damit ihr wisst, worauf das Ganze hier gecheckt wird und da seht ihr hier, wir haben hier Leseraten knapp bei 3,2 und Schreibraten bei knapp 3, knapp über 3 auch und das ist für mich immer wichtig, das ändert sich auch nicht, wenn ihr das Ding ein bisschen in Betrieb habt. Also die Wärmeableitung funktioniert tatsächlich ganz gut, jetzt lassen wir mal die Kratzanfälligkeit außen vor, weil dafür habt ihr ja auch das Plastikgehäuse, wenn euch das stört. Für mich ist es ein Arbeitsmittel, deswegen ist mir das völlig egal, ob das ein bisschen zerkratzt, aber die Wärmeableitung funktioniert wirklich gut und natürlich je nachdem, welche SSD ihr habt, wird das Teil auch ein bisschen warm. Ja, logisch, würde es aber überall, denn die Wärmeableitung geht hier einfach nur nach außen in eurem Rechner, würde die quasi dann im Zweifel einfach im Rechner verbleiben oder dann nach draußen gepustet werden. Also von daher, das ist auch von der thermischen Betrachtungsweise aus meiner Sicht schon ein wirklich richtig gutes Produkt, aber im Wesentlichen geht es natürlich um Geschwindigkeit und das ZyteDrive war, zumindest als ich es gekauft habe, heute gibt es da vielleicht noch ein paar Konkurrenzen, die mitkommen können, war einfach das schnellste Ding, was ihr kaufen konntet für euer MacBook, wurde auch oft in Foren empfohlen, lest euch da gerne auch selber nochmal ein, von daher, ich kann es wirklich auch weiterhin nur empfehlen, ihr habt ja gesehen, ich habe zwei davon im täglichen Einsatz, beziehungsweise jetzt demnächst fünf. Ja, perfekt ist es aber trotzdem nicht, denn bei mir persönlich, in meinem persönlichen Anwendungszweck, ist mir noch aufgefallen, dass mir was fehlt, denn wir haben hier die Kühlrippen und das wird, wie gesagt, auch relativ heiß. Wenn ihr das aber ganz normal auf den Tisch legt, denn links seht ihr ja schon die Tastatur, dahinter steht mein MacBook, dann ist natürlich die Kühl- oder beziehungsweise die Luftzirkulation unten drunter nicht gegeben. Manche kleben das zum Beispiel an ihren Apple Mac Studio, das geht natürlich auch, aber ich habe mir persönlich hier so kleine Abstandshalter gedruckt, mit einem 3D-Drucker, sodass unten wenigstens noch ein bisschen Luft durchkommt, damit die Wärme abgeführt werden kann oder zumindest ein bisschen mehr abgeführt wird, als wenn man es nur drauf auf den Tisch legt. Das führt dazu, dass ihr halt eben so einen kleinen Abstand habt und das wiederum führt zumindest bei mir dazu, dass das Ding auch die Wärme halt gut abtransportiert. Ob man das jetzt braucht oder nicht, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ich wollte es euch nur zeigen, dass ich es mir gedruckt habe, einfach weil es Sinn macht und Zeig, wenn ihr zuguckt, vielleicht macht es Sinn, dass ihr da auch nochmal überlegt, zumindest im Zubehör sowas noch anzubieten, dass das Ganze dann auch noch unten etwas mehr Luft bekommt. Ja, damit sind wir am Ende angekommen und ich kann nur nochmal bekräftigen, was ich ja eigentlich schon das ganze Video gesagt habe. Ich habe schon zwei Zeig-Drives im Einsatz, werde jetzt halt zukünftig noch ein paar mehr nutzen, so wie es denn möglich ist. Und da muss ich einfach sagen, mir gefällt das Ding richtig, richtig gut. Es ist von der Größe her vielleicht etwas größer als manch anderes kompatibel oder manch anderes Konkurrenzgehäuse, aber dafür habt ihr halt das Kabel mit dabei. Und das ist mir persönlich fast wichtiger als die Größe, weil dadurch kann ich es halt mobil überall mit hinnehmen. Und wenn das Kabel raus wäre, gäbe es quasi noch eine kompaktere Variante sozusagen. Installation ist wirklich super einfach. Ihr nehmt einfach nur die Klappe ab, zieht den Klebestreifen ab und packt eure NVMe SSD einfach rein, fertig aus, dann diesen kleinen Nipsel oben drüber machen und dann habt ihr es erledigt. Das ist es schon. Dann könnt ihr das Teil anschließen und könnt die guten Geschwindigkeiten genießen, die wir vorhin gesehen haben. Aus meiner Sicht ist das für den Arbeitsalltag, selbst mit Final Cut, mit Mediatheken und so weiter und so fort, von der Geschwindigkeit her ausreichend. Nicht ganz auf dem Niveau, was natürlich eine interne SSD hat, das ist auch klar, aber dafür viel, viel günstiger, als wenn ihr bei Apple upgradet und da eine zusätzliche größere SSD reinnehmt. 120 Euro kostet das Ding im Angebot auch mal durchaus ein bisschen weniger. Ich finde es fair. Es ist natürlich trotzdem ein gewisses Premium-Produkt, das muss man auch sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, kam raus. Okay.